Willkommen zurück zu einer neuen Folge von DSA Drakensang. Mir ist gerade mal eingefallen, also Alvene wäre glaube ich ganz schön die nochmal zu finden. Allerdings war das ja Morla mit der Kröte, also zumindest die Kröte die wir hier zurückgebracht haben. Deswegen gehen wir halt dann doch erstmal da vorbei. Mal schauen was das als Belohnung gibt. Ich warte mal gerade noch mit dem Baffen. Ich hoffe, dass ich mich vorher nochmal zurückziehen kann. Wenn es denn gefährlich werden sollte. Ja gut, hier geht es wieder rüber. Schön. So, und wie gesagt Alvene war ja hier, glaube ich, irgendwo. So, verliert und hergelaufen. Wie gesagt, das war, hier ist Stellreise, wird auch angenehm. Gerade jetzt, also bei den anderen Karten war es jetzt nicht so extrem. Hier fällt es mir doch auf, dass wir die ganze Zeit hin und her rennen müssen. Das würde ich gerne abkürzen. Das würde ich gerne abkürzen. Oh, ich umgehen wir mal. So viele Räuber. So, wir kommen jetzt hier einigermaßen gemütlich durch. Ich denke, hier waren wir auch schon mehr oder weniger. Dann komm, mein lieber Frosch. Mal schauen, was du für eine Quest hast. So, da warnt schon wieder irgendjemand. Gehen wir einfach hier außen rum. Das scheint nicht zu funktionieren. Können wir hier hinten eigentlich rein? Ne. Also, wir müssen kämpfen. Dann haben wir mal eine Truhe gefunden. Beeren. Aha. Ja, komm, dann. Waffen wir mal nicht. Ich versuch mein Bestes. Mein Atem geht ruhig. Ja gut, das haben wir schnell erledigt. So, dann darfst du hier kurz häuten. Das war doch ganz erfolgreich. So, dann gehen wir halt hier unten rein. Hallöchen. Genau. Hallo, Grüte. Hallo, Mola. Und? Hast du schon was rausgefunden? Du weißt schon. Ich habe alle Aufgaben für die Hexen absolviert. Könnt ihr mir jetzt bei meiner Quest helfen? Ich habe unsere Oberhexe, Heiton, bereits von dir erzählt haben an der See. Du sollst dich auf unserem geheimen Tanzplatz treffen. Die Eulenschelden werden dir zeigen, werden ihr zeigen, dass sie dir vertrauen kann. Danke. Frage beantworten, aber sicher doch. Okay, du kannst mir also nichts beibringen. Schade. Schönen guten Tag, Alvis. Was machst du hier? Alvis sitzt hier. Lausige Schmeißfliegen fressen. Sie selbst reden. Will lieber Feuerfliegen fressen. Was ist denn so besonders an Feuerfliegen? Wer haben sie deinen Bauch? Lieblingsessen von Alvis sind Feuerfliegen. Quark. Aber Fliegen sind weit weg und zu groß für Alvis. Quark. Du bringst Alvis Feuerfliegenfleisch. Quark. Quark. Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Quark. Alvis gibt Freund Schatz für Feuerfliegen. Fleisch. Okay. Dann. So. Ähm. Ja. Ah, vierte Feuerfliege. Okay. Die ist schon wieder so weit weg. Legen wir nochmal los. Und gehen auf Feuerfliegenjagd. Jetzt an den Räubern da unten vorbei. Oh. Da ist ein Baum. Die sollte ja mittlerweile durch sein, soweit. Ich glaube, der wird immer noch getriggert, weil die Hirsche da rumrennen. Auch schon wieder Gegner. So. Da haben wir irgendwo die Feuerfliege. Dann mal los. Hast du das? Ja. Scheiße, es ist auch wieder Overkill, was wir da anrichten. Aber hey. Schaden kann es ja nicht. Okay. Das sind mehrere fette Feuerfliegen. Oh, okay. Dann. Ja, wir schätzen einfach alles platt hauen. Fette Feuerfliege, Feuerfliege. So, das ist ein normales Feuerfliegen. Jetzt sehe ich nur eine fette. Okay. Oh, die hat ein bisschen was aus. So, dürfte ihm da ja alles platt hauen. Mhm. Wie gesagt, die haben ja nur so ein Giftgedöns dabei, oder? Ja. Das lohnt jetzt nicht unbedingt. Gute, fette Feuerfliege. Hm, war es das jetzt eigentlich? Okay. Ich glaube, großartig häuten können wir die ja nicht, ne? Ah gut. Besser zu gut, als zu schlecht auf irgendwelche Angriffe vorbereitet. Von da war das jetzt, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ja, geben wir es ab und dann geht es ab zu den Hexen. Hm, 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 hm. Schauen wir, was die Oberhexe dann für uns hat. Oberhexe wäre dann bei Windows. So, bitte schön. Alvis sucht Feuerfliegen in einer Hand. Ja, nimm es, Kröte. Wow, wow. Danke. Alvis vergisst die Belohnung nicht. Alvis gibt Freund den Ring. Okay. Dann darfst du mal identifizieren. Alvis Ring. Schöner Ring. Oh, gewandert und Fingerver... Okay, nett. Bitte schön. Kann ja nicht schaden. Cool. So, dann haben wir das. Ja, dann auf zum Tanzplatz mal wieder. Was heißt mal wieder? Zum ersten Mal. Aber dann mal wieder mit der Hauptquest weitermachen. Was ist denn das eigentlich für eine... Hexen, wahrscheinlich. Genau. Rufe Hei Tundra. Ups. Ich meine, hier gibt es aber auch ein bisschen was an XP und... ...Gegenständen, aber... ...ist einfach die Zeit aufhand nicht wert. Und vielleicht können wir das ganze Lager mal platt machen. Können wir eigentlich... ...mehr oder weniger gerade... ...also jetzt hier quer hochlaufen. Hier mal kurz außenrum nochmal. Das wird ja keine Feindseligkeiten triggern. Hm, ja. Hier ist immer noch keiner, ne? Ist. Ich hätte uns ja auch noch was beibringen können. Ich befürchte fast, die wird nicht wieder kommen. Ist vielleicht hier hinten jetzt irgendwo? Ups. Na gut. Wer nicht will, der hat schon... ...dann bin ich mal gespannt, was es mit diesem Lagerplatz auf sich hat. Schwein macht's auch nicht mehr so lange. Warte mal. Ja, wir sind soweit noch auf dem richtigen Weg. Cool. So, weiter, 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 weiter. Schön am Baum hängen geblieben. Hm. Hier muss es jetzt irgendwo so einen Zugang geben. Ich bin mal gespannt. Ah, muss ich da irgendwo wieder hochklettern? Wahrscheinlich. Hier geht's aber auch nicht. Wie viel Umweg muss ich da jetzt schon wieder rennen? Ja, ich muss sagen, wie gesagt, das Gebiet gefällt bis jetzt am wenigsten allein auf Standort. der grundsätzlich so viel rumrennen muss, was so viel Zeit dafür drauf geht. Quests sind witzig, aber es ist halt einfach zu groß. Müssen wir jetzt ganz hier außen rum? Ja, könnte vielleicht der Zugang sein. Das heißt, wir müssen einmal da hoch. Das könnte funktionieren. Wollte gerade schon sagen, lasst mich einfach in Ruhe, meine lieben Räuber. Ich habe schon viel zu viel Zeit hier verschwendet, aber es soll nicht sein. Aufgepasst! 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 Komm, dann hauen wir euch platt. Erstmal ohne Buffs. Und fast können wir immer noch heilen. Oh! 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 So, geht auch ohne Buffs, aber dauert halt. Ihr kriegt halt alles ein bisschen mehr ab. Gut, dann wird ihr natürlich auch noch geplündert. Noch? Oh, du könntest auch irgendwann mal Waffen abgeben, wieder. Fällt mir jetzt gerade auf. Vielleicht rennst du noch mal vor. Wenn ich dran denke, kann ich ja ein paar Pflanzen mitnehmen. Hier ist ja nur das Lager, da war ja nur der Topf. Ich glaube nicht, dass es hier weiter geht, oder? Ich glaube, das sieht soweit abgeschlossen aus. Oder, ja, abgeschottet, besser gesagt. Guck mal, den Räumann vorbeikommen. Das geht scheinbar. Oh, der war auch noch ein Hexenbaum gewesen. Ah, den haben wir sogar befreit damals. Und das sieht mir jetzt, sehe ich, nach dem einzig logischen Zugang noch aus, den wir haben. Die Frage ist, was das hier dann noch alles erwarten mag. Ich schätze mal, dass hier jetzt der Hexenplatz ist. Die haben das hoffentlich einigermaßen abgeschirmt. Ja, doch, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Hm. Jetzt wird es ja mal etwas lichter, wo wir aus dem Tal da mal raus sind. Hm. Hübsch hier. Gab es rein Autosave. Da hinten sind wir für die Burg. Da war das Hexenmonument. Wir sind hier. Nichts passiert. Vielleicht sollten wir die Eulenschädel hübsch drapieren. Mhm. Wahrscheinlich egal wo was, oder? Eila, lauf. Mach es sogar automatisch. So. Zwei. Kannst du hier noch mitnehmen. Dankeschön. Hm. Das war jetzt der vorletzte. So, bevor wir den drapieren. Alles noch mal. Waffen. Wer weiß, was kommen mag. Ich stehe aber auch ordentlich auseinander, sehe ich gerade. So. Kandidos. So. Okay. Sehr schön. Du bist tapfer, dich mit den Hexen des Kosch einzulassen. Aber wir sind dir wohlgesonnen. Ich will versuchen, dir zu helfen, in die Ruine von Blutberge zu gelangen. Das ist natürlich nett. Vielen Dank. Wie können wir diesen magischen Schutzwall überwinden? Der Schutzzauber ist zag und voller fremdartiger, mir unbekannter Magie. Ich glaube aber, dass der machtvolle Zauberer die Magie an seine Lebenskraft geknüpft hat. Töt den Magier und der Wall wird bersten. Aber wer ist dieser Zauberer, unbekannter Macht? Was, wenn er im Inneren der Ruine ist und seine schrecklichen Pläne verfolgt? Das dachte ich zunächst. Oh nein, dreh dich um. Der Blender ist hier auf dem Tanzplatz, auch wenn er nicht der ist, der er vorgibt zu sein. Lügen, Heidruner. Nichts als Lügen einer sterbenden Fräflerin. Das Licht Prajos wird euch läutern. Ihr seid kein Diener, Prajos. Ihr seid eine Ausgeburt des Grauens. Da! Zeigt euch endlich in eurer wahren Gestalt. Okay. Kurz umgekindigt. Warum bist du wieder so weit vorne? Hm, Hexen, Feuer? Ich glaube, die mögen es ja eher warm. Kälteschock wäre vielleicht doch gar nicht so schlecht. Gut, dass wir nochmal gebufft haben. Oh, und du hast auch Zauber drauf. Relativ schmerzvolle. Gut, Schwein renkt wieder ab. Das ist schön. Dann heilt ihr beiden nochmal direkt. Ich glaube, vorhin würde das nicht überleben. Ihr braucht einfach viel zu lang zum Heilen. Wohl, warte mal. Umwerfen ist vielleicht eine Idee. Dann kannst du dich mal heilen danach. So, das wird aber auch nicht so ohne, muss ich sagen. Okay, du machst halt auch so saufel Schaden. Ich glaube, du kannst den nächsten Angriff noch abhalten. Dann können wir versuchen, umzuwerfen. Da geht es zwei Stück auf Vorkommen. Okay, das ist nicht schön. Du kannst zumindest noch einmal zaubern. Aber ich glaube, dann haben wir den platt. Jawohl. Aber schön dafür. Dann können wir vielleicht auch nur wieder der... Held tragen, ne? Okay. Da ihr jetzt keine Magie mehr großartig habt. Würde ich sagen, wir ziehen uns kurz zurück. Wir beenden die Folge und machen den Kampf in der nächsten Folge fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao. Ich fürchte, können wir gar nicht großartig weg. Naja, wir werden schon einen guten Platz finden. Ich komme. Ich komme. Ich komme.